Hey! WooCommerce und Magento sind weltweit, aber auch im deutschsprachigen Raum, zwei der beliebtesten Online-Shop-Systeme. Auch bei der Migrationsplattform Card2Card scheinen es zwei der beliebtesten Shop-Systeme zu sein, obwohl dort die Migration zwischen über 80 verschiedenen Online-Shop-Systemen unterstützt wird. In diesem Video fasse ich stichwortartig die wichtigsten Unterschiede zwischen WooCommerce und Magento zusammen. Magento wird von der kalifornischen Firma Magento Inc. und dem weltweiten Magento Community Engineering Team entwickelt. Es ist ein Content-Management-System oder CMS, das speziell für E-Commerce entwickelt wurde. Die Komplexität von Magento benötigt ein deutlich performanteres Hosting, ein Standard-Hosting ist deshalb nicht zu empfehlen. E-Commerce-Funktionen wie Multistore, Multilanguage, komplexe konfigurierbare Produkte und Filternavigation sind in der Grundfunktionalität enthalten. Es ist etwas gewöhnungsbedürftig und relativ komplex von einem Entwicklerstandpunkt. Wenn man bereit ist, etwas Energie zu investieren, um die Lernkurve zu meistern, wird sich Magento möglicherweise vielfach ausbezahlen. Das Anlegen von Produkten ist ebenfalls einfach, aber im Bereich Benutzerfreundlichkeit oder Usability hat WooCommerce die Nase vorn. Als spezielle E-Commerce-Plattform, die tendenziell weniger Zusatzmodule oder Plugins benötigt, entstehen vermutlich weniger Sicherheitslücken, die ausgenutzt werden können. Magento bietet eine große Anzahl an Zusatzmodulen, die oft teurer sind als bei WooCommerce und teilweise von einem Entwickler oder einer Entwicklerin installiert werden müssen. Magento ist bekannt als eine der skalierbarsten E-Commerce-Plattformen. Mit entsprechendem Hosting kann es viele tausende Bestellungen abwickeln, was zur perfekten Wahl für mittlere und größere Online-Händler macht. Magento-Design-Vorlagen oder Themes sind oft komplett vorkonfiguriert, aber nicht so einfach eigenständig anzupassen. Preislich etwas höher als WooCommerce-Themes. Magento Open Source ist kostenlos. Wenn man sich aber nicht mit den Grundfunktionen zufrieden gibt, sind die Kosten aufgrund teurerer Zusatzmodule, höherer Entwicklungskosten und kostspieligeren Hosting-Anforderungen höher. WooCommerce ist ein E-Commerce-Framework, das auf WordPress einem anderen CMS aufsetzt. Es benötigt relativ geringe Serverleistung und wenig Speicherplatz, weshalb für einen kleinen Shop in der Regel ein normales Standard-Hosting genügt. Diverse E-Commerce-Funktionen können über Plugins nachgerüstet werden, was nicht zwangsläufig schlecht ist. WooCommerce hat im Bereich Suchmaschinenoptimierung Vorteile, da es sehr schlank und im Optimalfall schnell ist, sowie umfangreiche Blog-Funktionen bereits integriert sind. Es legt wie WordPress große Betonung auf ein intuitives Design und Navigation im Admin-Bereich. Das Anlegen eines Produkts ist einfach und schnell. Durch die starke Verbreitung von WordPress als Blogging-Plattform und CMS ist es häufig Opfer von Betrugsversuchen und Hackerangriffen. Dem kann durch sicherheitsrelevante Plugins entgegengewirkt werden, benötigt dann aber wieder zusätzliche Server-Ressourcen. WooCommerce bietet eine große Anzahl an Plugins, die meist kostengünstiger und leichter zu installieren sind als bei Magento. Ein komfortables oberes Limit ist ca. 2500 Produkte. Wenn es mehr werden, tendiert WooCommerce dazu, sich etwas träge anzufühlen, weshalb es hauptsächlich für kleinere und mittlere Online-Händler geeignet ist, was aber wiederum durch eine professionelle WooCommerce-Agentur teilweise relativiert werden kann. Im Oktober 2018 wurde mit Version 3.5 von WooCommerce Unterstützung für sogenannte Custom-Product-Tables eingeführt, mit denen Produktdaten in eigenen Datenbank-Tabellen gespeichert werden können und dadurch die Performance und Skalierbarkeit nochmals verbessern. Aktuell kann diese Funktion nur mit dem entsprechenden Feature-Plugin genutzt werden, es kann aber davon ausgegangen werden, dass diese Funktion in einem der nächsten Releases direkt in WooCommerce enthalten sein wird. Bei WooCommerce-Themes müssen teilweise Widgets manuell hinzugefügt werden, um Inhalte und Funktionen bereitzustellen, sind aber einfacher eigenständig und oft günstiger anzupassen. WooCommerce selbst ist kostenlos, Hosting, Plugins und Entwicklung tendenziell günstiger als bei Magento. WooCommerce gewinnt somit in der Kategorie Hosting, Benutzerfreundlichkeit und Gesamtkosten. Magento gewinnt beim Funktionsumfang, der Sicherheit und Skalierbarkeit. In der Kategorie Zusatzmodule sowie hübsche, anpassbare und mobil optimierte Themes oder Designvorlagen schenken sich beide Shop-Systeme nicht viel. Wenn du ein Start-up oder kleines KMU mit limitiertem Budget und wenig Entwicklungserfahrung hast, ist WooCommerce möglicherweise die bessere Wahl. Es deckt alle Anforderungen ab, um einfache Produkte online zu verkaufen und lässt sich durch zahlreiche Plugins weiter verbessern. Mittlere und grössere Unternehmen mit einer großen Anzahl an Produkten und grösseren finanziellen Ressourcen sind mit Magento besser bedient. Es hat einige zusätzliche Funktionen im Grundumfang und kann durch technisch versierte Anwenderinnen oder Entwicklerinnen durch zahlreiche Zusatzmodule ebenfalls erweitert werden. Wenn du dennoch nicht ganz sicher bist, welches Shop-System für dich oder dein Unternehmen am besten geeignet ist, hinterlasse doch einen Kommentar oder schicke mir ein Mail an nick.openstream.ch In meinem letzten Video gehe ich übrigens unter dem Gesichtspunkt von Open Source freier Software auf wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Online-Shop-Systems ein. Wenn dir die Unterschiede zwischen Open Source und proprietärer Software nicht klar sind und welche Konsequenzen die entsprechende Wahl hat, wirst du es möglicherweise bereits nach kurzer Zeit bereuen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wenn du weitere Videos zum Thema Open Source E-Commerce sehen willst, kannst du auch gerne diesen YouTube-Kanal abonnieren. Ciao!